PSN Code trägt ihr am schnellsten und besten bei VGO Shop, ja, die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja, nutzt RG Kappa für Rabatt, Link in der Beschreibung. Yo, servus Leute, was geht ab, mein Name ist Benji, willkommen hier zurück auf NoHandGaming und wir haben heute mitten unter der Woche, es ist unfassbar, aber ein BuyFirstGuy mit diesen schönen beiden Specialkarten am Start, Jermaine Defoe und Peter, Baum nenne ich auch gerne, Crouch. Und mit dabei haben wir heute einen neuen Gast auf diesem Kanal, neuer, härter, BSC, E-Sport, Trainer, Coach und Mentor, ich begrüße Sie, Daniel, die Haaren, Brandt. Ja, wunderschön, na, alles fit oder was? Ja, klar, freut mich, dass ihr mal am Start bist, das ist jetzt das erste Mal und um direkt erstmal Fragen zu beantworten, die sowieso jetzt in den Kommentaren aufkommen, was ist mit Stylo, Freunde? Stylo, hab ich mit ihm, hab ich ja damals ein Video gemacht, war damals als erstes, als erstes, als erstes, als, als erstes als Coach quasi, ausgewählt für die Hertha BSC E-Sport Akademie, hat sich dann aber dazu entschieden, seiner Karriere weiter mit mehr Power hinterher zu gehen, er hat ja dann sein, dieses Team, wie heißt das nochmal? Ähm, Fokus-Clan. Fokus-Clan ist da ja drin, eskaliert immer noch in FIFA und will da einfach mehr Power hinterher setzen, was viel Zeit beansprucht, was man auch verstehen muss. Und deshalb hat Hertha einen neuen Coach geholt und nach langer Zeit ist er Daniel geworden, ja, und ich immer noch als, äh, Social-Media-Pruzzi da drinne. Markenbotschafter, nennen wir es sich Markenbotschafter, klingt besser, oder? Genau, grüße ich ihn draus, wir machen bei First Sky, Freunde, ganz entspannt mit diesen beiden Karten, wir haben bei Daniel natürlich auch eine Folge aufgenommen, zu ihm ist der Link in der Beschreibung. Danke. Außerdem machen wir beide ein Instagram-Giveaway mit PSN-Karten, Link von uns beiden Instagram ist in der Beschreibung, lass dem Daniel gerne mal einen Follow da, der würde sich da gerne so langsam mal sein Instagram pushen, hat er auch nötig. Ja, wird mal Zeit, ne, wird mal Zeit. Ja, genug gequatscht, äh, ich würde sagen, wir starten rein, wir machen natürlich Special-Card, Freunde, ganz klar, Special-Z-U-M-Transfermarkt, ich fang jetzt einfach mal an, okay? Ja, also, ganz... Und du sagst, du sagst mir eine Zahl von 1 bis 6, natürlich. Ja, ganz kurz, welche Formation spielst du? Nur mal... Achso, äh, 4-3-1-2. Ich hab auch gleich schon eine Ansage an dich gemacht, mein Team heißt Benji-Destroyer, ich bin... Ich bin... Moin, Digga! Ja, klar, geil, ja, mit der Formation kann ich auch nur unterlegen sein gegen 4-4-2, das wird ja ein Spaß. Dann, sieh mal zu, dass du den Spieler abonnierst. Ja, sag an, 1 bis 6. Nehmen wir mal die 4. Oh, I like that, ist zwar ein absoluter Scheiß-Z-U-M, aber nehm ich mit. Okay, so, ja, Karte ist drin, dann kannst du dir den ersten Spot aussuchen, du kannst irgendeinen nehmen, den du willst. Und was ich übrigens nicht gesagt hab, Freunde, wenn den Daniel nicht kennt, sei der erste Mal wahrscheinlich hinter Mond und hab noch nie im FIFA-Stream geguckt, aber Daniel ist ein Twitch-Streamer. Ähm, mittlerweile auch YouTuber. Ähm, nur, dass du nicht schlecht bist. Mittlerweile? Was? Ja, gut, also, inaktiver YouTuber, ja. Ich in schlechten Zeiten quasi. Wow, okay, gut, lass mich mal so stehen. Ich mach jetzt mal ganz schnell die Position hier, okay? Ja. Okay, 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 okay. Da wollen wir mal ganz kurz. Special DZM mal der Transfermarkt. Jo, 1 bis 6? Zwei. Okay, 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 das kann sich sehen lassen, das kann sich definitiv sehen lassen. Ist drin. Ist mal drin. Oh, hab ich da gerade was rausgehört? Super, dann machen wir weiter. Ich mach Linksverteidiger. Ich hab übrigens, oh, scheiße, ich hab übrigens schon den ersten Link auf dem ZOM, wollte ich mal sagen. Okay, du kannst. Ähm, die zwei. Okay, ja gut, den kaufe ich auch direkt so, nehm ich mit. Komm, kannst direkt weitermachen. Okay, geht direkt weiter. Dann mach ich die RM-Position. Jo, kannst. Ähm, ich nehm die vier. Ja, gut, lass den, lass den, lass den mal so stehen. Ich, ah, ich nehm die Karte jetzt auch mal einfach so, Mötz. Geiß drauf. Ah, verdammt Axt. Okay. Ich kann direkt. Kann ich schon? Ja, hau rein. Okay, ich mach einen Innenverteidiger, let's go. Innenverteidiger? Die Nummer 1. Numero 1, brah. Ja, nehm ich dir auch mal direkt mit. Ja, oh, oh nein, ich hab den falschen Innenverteidiger. Ja, egal, mach. Scheiße. Alles gut? Nee, aber mach. Also, ich hab den richtig genommen, aber ich hätte ihn lieber auf einer anderen Innenverteidiger-Position gehabt, weil dann hätte er gelingt. Okay, du kannst beide machen. Okay, alles klar. Ich mach auch Innenverteidiger. Äh, kannst reinhauen. Mh, na gut, wenn du jetzt auch Innenverteidiger nimmst, hast du ja fast die gleichen Karten wie ich wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Probier's aus. Nehmen wir die 6. Ah. Okay, ich biete jetzt mal drauf. Okay, 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 okay. War jetzt echt nicht optimal, aber gut. Hol ich gleich vom Transfermarkt. Okay, dann mach ich schon mal den nächsten Spot. Ja. Ähm, ja, du kannst. Äh, nochmal die Nummer 1. Oh, I like that. That is nice. Muss ich aber kurz kaufen. So, ich hab gekauft. Ja, ist aber drin. Du kannst weiter machen. Okay, dann mach ich den Rechtsverteidiger. Und da bin ich mal gespannt, was kommt. Jo, kannst. Ich hätte gerne, dass du die 1. Ja, nehmen wir auch Nummer 1. Auch die Nummer 1? Ja. Okay, wird erledigt. Werde ich jetzt auch einfach mal nicht direkt so kaufen. Meine Coins gehen langsam zugrunde. Aber ich werde die schnell holen. Das Spiel hab ich reingesetzt. Kannst du den Tag gemacht. Super. Äh, jo, dann mach ich mal den nächsten Z. M. Rolla mi handel. Äh, 2. Ja, geil. Nein. I like that. Dankeschön auf dieser Stunde. Grüße ich ihn draus. Okay. Muss ich aber jetzt auch mal schnell noch kaufen. Ja, komm. Also. Oh, doch. Ist sogar ein Ding. Geil. Oh, lecker. Äh, du kannst. Ist drin. Okay, gut. Ich hab keine Ahnung, die Chemistels verteilt. Ich führ dann Linksverteidiger. Jo, mach mal. Ja, komm, machen wir den Linksverteidiger. Nehmen wir mal die Nummer, ähm, was haben wir noch nicht gehabt? 5. 5. 5 ist gut. Okay. Also, hoffentlich nicht. Äh, doch. Also, es ist eine mega geile Karte. Definitiv. Ja, klar. Muss ich nur kurz kaufen, aber ansonsten passt das. Gut. So. Ne, Spieler ist drin. Kannst dir den nächsten gönnen. Abfahrt. Okay, in dem Sinne mach ich jetzt mal meinen Rechtsverteidiger. Let's go. 6. Oh, das war schnell. Oh, den hab ich sogar im Verein. Siehste, Jackpot. Kannst du mal sehen. Sehr schön. Dann kannst du also direkt fortfahren, während ich den reinmache. Hm. Nächster Innenverteidiger. Kannst. Okay, dann nehme ich die 3. 3. Willst du mich verarschen? Ich hoffe nicht. Was ist das denn für einer? Ich kann dir sagen. Ja. Kennst du einen finnischen Innenverteidiger? Ja, du hast doch gesagt, du hast nicht mehr so viele Coins. Ich wollte da ein bisschen Rücksicht nehmen, weißt du. Was ist das denn für ein Müll? Sehr schön. Sehr schön. Ich bin ein Schönenverteidiger. Shit it. Ja, okay. So. Steht. Abfahrt. So. Nice. Ey, du hast einen Innenverteidiger gemacht, ne? Was hast du denn sonst noch über? L-M-Z-M-T-V. Ey, Torwart. Ich hab Z-M-I-V-T-W. Dann nehme ich mal erstmal mein Z-M, dass wir nicht gleich dieselben Karten haben. Ja, dann mache ich es dann auch gleich Torwart. Dann let's go. Oh, bap, 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 bap. 4. Ach, ja, also ich meine, schlechter geht immer. Schlechter geht immer, nehme ich mit. So, mein Boy hat den Weg ins Team soeben gefunden und kann es weitermachen. Okay, dann mache ich jetzt den Torwart, okay? Dann mache ich den Torwart, ja. There I go. Das wäre jetzt wichtig, wenn ich Scheiße treffe. Ich nehme die 6. Er ist Silber. Ja. Warum? Great. Good feeling. Hä? Nice. Ey, nein. Was ist das denn? Okay, mache ich IV oder TW? Du hast auch noch einen Innenverteidiger, ne? Ne, ich habe nur noch Z-M und L-M. Dann nehme ich jetzt den Innenverteidiger. Äh, 3, 2, 1, du darfst. Drei. Das war schnell. Ui. Und gut? Oder scheiße? Also, liegt im Auge des Betrachters, ne? Gut eigentlich. Aber liegt halt nicht. Okay. Muss ich mal schnell kofen. Ist da Finne? Ne. Nicht ganz. Nicht ganz. Mein Boy, mein Geliebter ist drin. Okay. Dann mache ich weiter mit dem Z-M. Ja. Kannst. Ich wage... Ja, komm. Ähm. Nr. 2. Ah, verdammt. Warum hast du nicht die 1 genommen? Oh, ruhig, ja. Habe ich hier im Verein? Ah, ja. Ich muss kurz kaufen gehen. Ist aber in Ordnung, muss ich sagen. Ist in Ordnung. Gibt Schlimmeres. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ne, 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 das nicht. Das wird dann auch eng mit meinen 64k, die ich noch habe. Haben wir ihn mit 3 Chemie. 35 Dev. Das ist gut im Z-M. Abfall. Ach, du Scheiße. Sehr schön. Dann mache ich meine letzte Karte jetzt, ne? Ja. Ist jetzt der Torwart? Das ist jetzt der Torwart. Da, ähm, ja. Ich bin gespannt. Du darfst. 5. Du darfst. Ähm, das war schnell. Bist du sicher? Ich bin mir definitiv sicher, ja. Gut, äh, ja. Ich kaufe dir jetzt hier die Karte. Zack, da ist sie drin, Freunde. Und, äh, dann steht das Team eigentlich. Dann würde ich sagen. Darf ich noch mal eine letzte machen? Ach so. Ja, ja. Mach, mach. Let's go. Oh, ich kann auch zu 10 spielen, Digga. Das ist ja auch kein Problem. So, kein Thema. Oh, Mann. Oh, shit, ey. So. Yo, let's go. Okay. Äh, was hast du? ZM? LV? IV? LM. LM. Ja, gut, machen wir LM mal. Nimm mal die 6. Nimm mal die 6. Nimm mal die 6. Nimm mal die 6. Ja, moin. Ich bin wieder direkt hin. Den kaufe ich einfach mal. Ey, irre. Da geht richtig eine Abnahme. Gut, ja. Dann würde ich sagen, suchen wir uns beide noch einen Manager raus, dass wir noch ein bisschen Chemie kriegen. Ja. Plus Bank. Und dann laden wir uns ein und sehen uns in den Game, Freunde. Bis gleich. Äh, auf jeden Fall. Also, now. So. Wir gehen rein. Okay. Hast du einen schönen ZM und einen schönen LM. Und einen schönen Innenverteidiger und Torwart. Und einen schönen Torwart. Da hatte ich ja echt Glück. Ah, mit irischer LM und fünnischer Innenverteidiger weißt du schon, der Zug ist eigentlich schon. Let's go. Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Also, beide bisher, die beiden haben noch nicht gespielt, die Spieler. Ich bin mal gespannt. Also, wir haben beide Rabiot. Ach, hast du ihn auch? Ah, nein. Oh, El Hadari. Er ist der Linksfuß. Katastrophenalarm. Oh. 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 De Foe. Willem De Foe. Oh. Ah, kommt doch hier gleich schon wieder. Kacke. Peter. Du bist ja eigentlich Elke-Spezialist. Nein, nein. Peter. Oh. Ah. Nein, El Peter. Niemals. Oh. Schiedsrichter. Was? Oh. Oh. Niemals. Oh. Das war alles, aber kein gutes Raul. De Foe. Ja. Nein. Ja. Achim. Jermaine. Dankeschön. Ach, come on. Adi macht es aber. Ja, Silber-Torwart. Brauch ich gar nicht drüber unterhalten. Silber-Torwart, mein Lieber. Ach, nee. Jetzt kriege ich direkt, jetzt kriege ich, jetzt kriege ich direkt. Ja, come on. Eins zu zwei. Ja, Silber-Torwart, ne? Kombiniert. Jetzt wird hier aber auf den linken Fuß von DeFoe gezielt. Was ist das denn hier los? Was ist denn hier los? Ja, da hatte ich nur das Nachsehen. Oh, stark durchgelassen. Holy, das war nice. Das war sehr nice. Wow. Jawoll. Was? Oh, Annahme. Annahme, starke Annahme. Ich würde mir fast sagen, wenn es da rechts ist, was? Oh. Was hast du denn da gemacht? Ich? Ey. Ja, sehr gerne. Zu gerne, was soll denn das hier? Oh, da muss fucking los. Was ist Silber-Torwart? Du bist ohne Witz. Viele Faktoren, die hier, ne? Wieder. Angetippt. Angetippt. Das war der schwache. Das war der schwache Fuß. Das war der rechte. Das war der linken. Achso, war ich der rechte. Ist er doch links Fuß? Ich weiß es nicht. Scheiße. Okay. Also. Und ich will den schön chippen. Ja, gut. Was halten wir fest? Alles scheiße. Ich habe hier halt nur so ein Asamoah-Gefühl zum verteidigen. Der Rest bewegt sich so viel wie totes. So muss das sein. Come on. Scheiße. Daran liegt es. Kann ich wechseln? Mann. Och. Fuck. 2 zu 7, Freunde. Nach diesem Video gehe ich mich offiziell vergraben. So. Ich gebe mir jetzt einen Schluck Wasser. Habe ich mir verdient, oder? Kack. Wie konnte das denn so eskalieren? Ich sage ja, Krisensitzung, sobald wir wieder in Berlin sind. Ach du Kacke. Ja, Freunde. 7 zu 10 Schüsse aufs Tor. Ja, ich weiß versetzt nicht, wo die 7 herkommen, aber die waren da. Die Statistik ist so. Alleine ist mein Tor und eine 8-2-er. Mein Tor und eine 8-2-er-Bewertung. Nie. Und somit geben wir jetzt das Karten. 5 Spieler, Freunde. Ich dachte immer, tschüss, Defo, in die Kommentare. Wir sehen uns dort. Bis gleich. Das war es mal wieder komplett. Gut, die Karten sind an sich nicht alle nicht so teuer. Aber diese SBC, ey. Ich hoffe, der Defo nicht. Mann. Ey, den Defo würde ich sogar auch nochmal ganz gerne echt zocken. Also, da muss ich sagen, der hat mir jetzt gut gefallen. Sahniger Schuss. Und nochmal kurz, ob du deine Frage sagen, wenn die in Stats 95 antritt. 96 Abschlussschusskraft. Ich hab dem Dead-Eye gegeben. Ein Engine. Engine ist einfach... Meinst du, das ist Nummer 1? Kann gut sein. Wobei, wenn ich mir jetzt Crouch dagegen angucke, Crouch war absolut Katastrophen-Alarm. Der hat ja gar nichts gerissen. Abwohl er drei Vorlagen gemacht. Ja, aber an sich natürlich... Ja, gut, ist halt 50 Pace und ist halt einfach, ne? Ein Baum. In dem Sinne, ich hab umgestellt. Fünf Spieler! Jetzt such dir fünf aus. Ich halt sie nicht mehr aus. Okay, okay, okay. Du spielst 4-3-1-2. Oder? Sag ich gar nichts mehr zu. Okay, dann nehmen wir den ZOM. Nein, Defo! Nein! Wieso? Wieso? Das war viel zu schnell. Oh, ich geh kaputt, ey. Ich kann mich gleich umziehen gehen, ne? Was ist das denn hier? Oh, Mann! Ja, tschüss, Defo. Ich werd weiter an dich denken und mit ihm auf jeden Fall spielen. Das kann doch nicht sein, Alter. Weg? Ja. Okay, Torwart? Ja, Quado, Asamoha, tschüss und komm bitte nie wieder. Ähm... Achst du dir nur noch drei Karten? Ja, der Beste ist schon weg. Äh... Linker Stürmer. CDB. Rechter ZDM. Rabiototz. Auch ärgerlich. Jetzt hab ich noch zwei? Ja, nee. Ja, doch. Nee, einen noch. Hast schon vier, hast schon vier, hast schon vier. Okay. Ähm... Rechtsverteidiger. Huh! Maicon. Peter Crouch, Mann, kann ich will, Peter Crouch, ich will die V. Wo ist der denn? Wo stand der? Link ist ZM. Na, scheiße. Ich war überlegen. Aber dass du auch direkt den ZOM nimmst. Danke für nichts. Ja, sehr gerne, mein Lieber. Hat mich gefreut. Immer wieder gerne. Ja, in dem Sinne, Freunde. Es... Sogar habt ihr dürft... Ihr könnt euch sogar noch was gewinnen auf Instagram. Wenn das nicht reicht, dass mein TV weg ist. In dem Sinne, checkt die Folge auf jeden Fall bei Daniel aus. Link ist in der Videobeschreibung. Checkt unsere Instas aus. Lasst einen Daumen da nach oben. Natürlich. Würde euch freuen. Und, äh, ja. Dann geht jetzt direkt rüber. Oder ich schneide euch alle die Finger ab. In dem Sinne. Haut da rein. Tschüss, schön. Danke, dass ich da sein durfte. Ja. Trainer von FIFA. GG. Bobby ist echt ein Machinesos примinnen. Oh. 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 Oh, oh. Oh.